katja der 13 ist wo bist du katja im bad im bett im untergeschoss da ist sie ja was machst du da schon wieder ja heute kalendertürchen nummer 13 da gibt es bei uns einen tollen akku von der firma wcs und ich habe mir gedacht nachdem ich ja ausgeschlafen bin und ok dass man den wechselrichter nicht funktioniert hat den akku kriege ich hin ach gut macht mir ja mal einen raus den neuen rein aber ich auch das ist genau wie beim wechselrichter katja lass den fachmann dran ja ich glaube ich rufe den michael wenn er einen termin frei hat das sagst du ihm ja ja hol ihn mal aber cooles produkt da geht richtig was raus eigentlich halb so leicht wie alles andere bis jetzt viel mehr haltbarkeit coole sachen von wcs bei mica caravan bis morgen das haben wir aber schön gesagt bis bald macht es dir spaß da unten ja tschüss und finger weg vom berg sind